Drei Gameplay-Details aus Spielen von Rockstar Games. Wusstet ihr, dass in Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan ein besserer Schütze ist als John Marston und deshalb auch mit beiden Augen geöffnet zielen kann, während John Marston noch sein Auge zukneifen muss beim Zielen? So ein Detail. Die meisten wissen es bestimmt, aber bei GTA 5 kann man Leitern von beiden Seiten aus betreten. Sie haben daran gedacht mit so einer Animation, dass der Charakter einfach rumklettert. Smarte Lösung. Und ist euch mal aufgefallen, wie bei GTA San Andreas einfach so viele Sachen am Wegesrand rumliegen? Umzugskartons, unzählige Müllsäcke, aber selbst sowas wie Postkästen waren da auch schon auf den Straßen, viel mehr als man vermuten würde.